Also, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, hat Timmy eine Runde Ozu hochgeladen, das habe ich jetzt auch mal versucht und wie ihr seht, habe ich ein S bekommen und jetzt zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Also, wie ihr wisst, was ihr wisst? Also, wie ihr wisst? So, sagen wir es so, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ihr seht hier, naja, wenn euch das Spiel Ozu gefällt, habt ihr das bestimmt schon bei Timmy jetzt gesehen, dann schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich davon vielleicht auch noch ein paar weitere Videos hochladen, dann auch Live-Sachen nicht gereplayt, weil ich habe, wie gesagt, nicht gewusst, dass ich doch so gut bin. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video von was auch immer. Bye!